5. In die Stadt Der Sherlock Holmes Adventkalender Die Reise nach Jerusalem Gelesen von Rupert Pichler Die weitere Fahrt mit dem Orient-Express verlief ohne besondere Vorkommnisse. Natürlich ergab sich noch die eine oder andere interessante Bekanntschaft unter den Reisenden, zumal unterwegs ja auch neue Menschen zustiegen. Holmes erörterte beispielsweise öfters Probleme der Algebra mit einem serbischen Mathematiker, während ich einen Medizinprofessor aus Königsberg und dessen Assistenten als regelmäßige Tischgesellen vorzuweisen hatte. Die beiden verließen uns jedoch im Bahnhof von Sofia, um nach Siebenbürgen weiterzureisen. Die junge Dame aus Frankreich, die zunächst unter missverständlichen Umständen mit mir in Kontakt getreten war, erwies sich als durchaus talentierte Sopranistin, die voraussichtlich vor dem Sultan höchstpersönlich singen durfte. Sie war als Konstanze in der Entführung aus dem Sarai vorgesehen, weitaus weniger tangierten mich die Mitreisenden aus der europäischen Aristokratie, die aber ohne dies lieber unter sich blieben. Etwas schwieriger auf Distanz zu halten, waren die Neureichen aus Nordamerika, die im Osmanischen Reich Geschäfte machen wollten. Deren Kontaktfreudigkeit überforderte bisweilen meine Geduld. Trotz der erheblichen Dauer gestaltete sich die Bahnreise also eher kurzweilig. Und schließlich erreichten wir, nach der Durchquerung Bulgariens, Osttrakien und damit das osmanische Herrschaftsgebiet. Die Einreiseformalitäten, die an dieser Grenze etwas ernster genommen wurden als zwischen den europäischen Ländern, waren für Holmes und Michrasch erledigt, denn wir waren durch unsere Papiere als beratende Detektive zugunsten der Regierung des Sultans ausgewiesen. In diesem Sinne wurden wir mit etwas übertriebenem Respekt behandelt, was sich bei unserer Ankunft in Konstantinopel fortsetzte. Nachdem wir uns von unseren Reisebekanntschaften verabschiedet hatten, wurden wir am Bahnhof sogleich von einer kleinen Delegation empfangen, die sich unserer annahm. Bestaunt nicht schlecht, als wir unsere Transportmittel zu Gesicht bekamen. Wir wurden nicht etwa in einem Pferdegespann in die Stadt gebracht, sondern mit einem modernen Motorwagen aus deutscher Fabrikation. Die sich abzeichnende Allianz zwischen Berlin und der Hohen Pforte hatte sich offenbar bereits bezahlt gemacht. Und so fuhren wir mit einem sogenannten Automobil zum Yildiz-Palast. Konstantinopel war natürlich eine der bedeutendsten und eindrucksvollsten Städte jener Zeit, auch wenn das Osmanenreich und eben auch sein Zentrum politisch und wirtschaftlich bereits schwer angeschlagen war. Und selbstverständlich verkörperte es eine jahrtausendealte Geschichte von der Gründung des antiken griechischen Byzants, der Erweiterung der Siedlungen durch den römischen Kaiser Konstantin den Großen, der ihr auch seinen Namen gab, der Aufstieg zur zweiten Hauptstadt des römischen Reiches und zu alleinigen des oströmischen. Es folgte am Ende des Mittelalters die Eroberung durch die Osmanen, wobei diese eine weitaus mildere Herrschaft an den Tag legten als die christlichen Kreuzritter, die hier ebenfalls vorbeikamen. Trotzdem ist das allgegenwärtige Symbol der nun schon Jahrhunderte währenden Landnahme der muslimischen Osmanen die Hagia Sophia, einst größte christliche Kirche der Welt, seither freilich eine Moschee. Bis heute hat sich Konstantinopel trotzdem einen multikulturellen und sprachlich vielfältigen Charakter bewahrt. Neben dem dominierenden Türken gibt es Griechen, Italiener, Armenier, Kurden, Juden und Araber, aber auch die europäischen Großmächte sind am Bosporus mit Handelsniederlassungen präsent. Seit einigen Jahren forcieren die Osmanen den neuen Namen Istanbul für Konstantinopel, der sich aus der griechischen Phrase für »in die Stadt« entwickelt hatte. Die Anlage des Yildiz-Palastes war in Wirklichkeit nicht ein einzelnes Gebäude, sondern ein ganzer Komplex mit vielerlei funktionalen Bauwerken. In einem residierte freilich auch der Sultan, doch diesen sollten wir selbstverständlich nicht treffen. Unsere Eskorte brachte uns stattdessen in das Büro eines offensichtlich hohen Staatsbeamten, der als Verbindungsperson zur britischen Regierung fungierte. Ein Mann in den Dreißigern mit dem obligatorischen Oberlippenbart, fantasievoller und schmuckreicher Uniform sowie der traditionellen Kopfbedeckung des Fees. Er begrüßte uns in beinahe einwandfreiem Englisch. »Willkommen in Istanbul, meine Herren«, sagte er und bot uns zwei goldfarbene Stühle vor seinem riesigen Schreibtisch an, »auf denen wir Platz nahmen.« »Mein Name ist Muhammad Said Salim. Ich darf im Namen des erhabenen Sultans unser Wohlgefallen zum Ausdruck bringen, dass Ihre Majestät, Königin Viktoria, und solch eine kompetente Unterstützung zukommen lässt. Ihr Ruf, Mr. Holmes, eilt Ihnen natürlich voraus. »Die Freude ist ganz unsererseits«, erwiderte Holmes. »Doch möchte ich Ihnen versichern, dass nicht alles wahr ist, was über mich und meine Tätigkeit berichtet wird.« Said Salim ließ ein Lächeln erkennen und meinte, »Ach, machen Sie sich keine Sorgen über die Vorkommnisse in Griechenland. Wir haben diese mit Amusement wahrgenommen. Die Ionier verstehen sich eben nicht auf Diplomatie und Umgangsformen. Unter osmanischer Herrschaft wäre dies in Athen sicherlich nicht passiert.« Holmes nickte höflich, bemühte sich aber dennoch, das Thema rasch hinter sich zu lassen. »Was vergangen ist, ist vergangen«, erklärte er. »Wir wollen uns der Gegenwart widmen. Nachdem Dr. Watson und ich nun doch einige Tage unterwegs waren, möchten Sie uns bestimmt einen aktuellen Lagebericht aus Palästina vorlegen.« »So ist es«, bestätigte der osmanische Beamte. »Leider sind die jüngsten Nachrichten keine allzu guten. Es hat inzwischen weitere Anschläge in Jerusalem gegeben, die unsere Autorität untergraben. Ein Waffendepot wurde gesprengt. Es ist vollkommen zerstört.« »Es gab doch hoffentlich keine Verletzten«, warf ich ein. »Glücklicherweise nicht«, antwortete Said Halim. »Die beiden wachschiebenden Soldaten waren vor der Explosion überwältigt und aus der Gefahrenzone gebracht worden. Sie wurden später bewusstlos, aber unverletzt, in einem Schafstall am Stadtrand gefunden.« Holmes überlegte ein paar Sekunden, dann stellte er fest. »Das ist seltsam. Die Attentäter bemühen sich offenbar, Menschenleben zu schonen. Und dass dieses Arsenal einfach in die Luft gejagt wurde, erscheint sogar widersinnig. Wenn ich einen Aufstand vorbereiten möchte, dann versuche ich doch, Waffen und Munition in meine Hände zu bekommen, nicht zu zerstören. Diese Leute sind keine guten Freiheitskämpfer.« »Das sind sie ohne dies nicht«, entgegnete der Beamte sofort. »Es sind Terroristen. Meinetwegen auch dumme Terroristen, aber jedenfalls Terroristen. Daran besteht kein Zweifel.« »Verstehen Sie mich nicht falsch«, erläuterte Holmes auf den Einwand. »Mir geht es nicht um Verständnis für die Sache der Täter, sondern darum, ihr Handeln zu verstehen.« »Dies ist der Schlüssel, um Ihnen auf die Spur zu kommen und das Handwerk zu legen.« »So möge es geschehen«, sagte Said Halim. »Der Anschlag auf das Waffentepot war aber nicht das einzige Ereignis, das sich Ihnen zur Kenntnis bringen muss. In der Bevölkerung wurde eine Flugschrift vorbereitet, mehrsprachig, die einen Angriff auf die osmanische Oberhoheit darstellt. »Wir haben eine englische Übersetzung des Textes vorgenommen.« Mit diesen Worten nahm er ein Blatt Papier aus einer Schublade und überreichte es Holmes. Dieser machte sich daran, es zu lesen, während ich ihm über die Schulter blickte. Folgendermaßen lautete der Aufruf. »Freiheit für Palästina. Die osmanische Okkupation bringt uns nur Unterdrückung, Ausbeutung und Armut. Unserem Volk wird eine freie und selbstbestimmte Entwicklung verwehrt. Die Besatzer müssen das Land verlassen, damit Palästina wieder eine Zukunft hat. Osmanen geht nach Hause.« »Kurz und bündig«, kommentierte ich. Aber nach wie vor bleibt unklar, an wen richtet sich denn dieser Text? »Das ist es ja«, antwortete Said Halim. »An niemanden und an alle. Es gibt Resonanz in allen Bevölkerungsgruppen, Araber und Beduinen, Muslime und Christen, Juden und Ägypter. Sie werden sich noch alle gegen den Sultan verschwören. Es gibt bereits Kundgebungen für die Terroristen und Aktivitäten des zivilen Ungehorsams.« »Die osmanische Verwaltung und Armee sind nicht in der Lage, dies zu beenden?«, fragte ich mit leicht spöttischem Unterton. »Gegenüber den Armeniern ist man doch auch nicht gerade zimperlich.« Diese Bemerkung war freilich eine gewisse Provokation, aber der türkische Beamte blieb ruhig. »Das ist etwas völlig anderes«, behauptete er. »Jerusalem können Sie nicht mit dem Schwert beherrschen. Es handelt sich um die Stadt des Friedens. Der Sultan wäre untröstlich, sollte ein militärisches Eingreifen nötig werden. Das ist eben der Grund, warum wir auf Ihre geschätzte Mitarbeit setzen. Beenden Sie diese Anschläge und die Aufwiegelungen mit Ihren Methoden. Dann bleibt der Frieden in Jerusalem erhalten.« Holmes nickte. »Ich verstehe«, meinte er. »Das ist allerdings eine große Verantwortung, die Sie uns hier aufbürden. Selbstverständlich werden wir unser Möglichstes tun, um Ihr Vertrauen zu rechtfertigen. Es ist wohl keine Zeit mehr zu verlieren.« »In der Tat«, bestätigte Said Halim, »morgen früh legt Ihr Schiff ab. Dies wird wesentlich schneller und weniger mühselig sein als der Landweg. In Jaffa erwartet Sie ein Kontaktmann der osmanisch-palästinensischen Polizei. Er wird Sie nach Jerusalem geleiten und Ihnen die ganze Zeit über zur Seite stehen.« »Ein Aufpasser«, konstatierte ich gequält lächelnd. »Ein Unterstützer«, korrigierte der Beamte. »Er ist ortskundig und beherrscht alle notwendigen Sprachen. Selbstverständlich handelt es sich auch um einen fähigen Ermittler.« »Danke«, sagte Holmes, »diese Hilfe wird gewiss überaus nützlich sein. Wenn Sie erlauben, würden wir uns nun gerne zurückziehen. Wir haben eine beschwerliche Reise hinter uns und wollen auch morgen frisch und munter an Bord gehen.« »Natürlich«, erwiderte Said Halim. »Vor dem Gebäude wartet die Motorkutsche, um Sie zu Ihrer Unterkunft zu bringen.« »Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Mission.« »Möge Allah Sie auf Ihren Wegen beschützen!« Wir bedankten uns höflich und verabschiedeten uns. Das versprochene Automobil bahnte uns den Weg durch die belebten Straßen Konstantinopels, doch war es nur eine kurze Entfernung vom Yildispalast zum Stadtteil Besiktasch, zum Pera-Palast-Hotel im benachbarten Bayunglou am Nordufer des Goldenen Horns. Wie schon in Wien waren wir auch hier in einer Luxusherberge einquartiert worden. Das im Stil des Neo-Rokokos errichtete Haus war nicht nur äußerlich prunkvoll, sondern auch im Inneren. Es stand im Besitz der französischen Internationalen Schlafwagengesellschaft, die auch den Orient-Express unter ihren unternehmerischen Fittichen hatte. Und so war es keine Überraschung, dass wir in der Hotellobby auf bekannte Gesichter trafen, mit denen wir schon im Zug nach Konstantinopel einige Zeit verbracht hatten. Insofern ergab es sich, dass Holmes mit Herrn Obilic, dem Mathematiker aus Serbien, indinierte, während ich an der Bar ein paar Drinks mit der französischen Sopranistin nahm, deren Namen ich bislang unterschlagen habe. Er lautete Nathalie. Trotz der angenehmen Gesellschaft begaben wir uns deutlich vor Mitternacht auf unsere Zimmer, um am nächsten Tag ausgeruht zu sein. Von meinem Fenster im vierten Stock aus bot sich ein atemberaubender Blick über den Bosporus. Die Tatsache, dass diese Meerenge nicht nur das Schwarze Meer und das Mittelmeer verband, sondern auch Europa von Asien trennte, machte sie zu einem Knotenpunkt der Kulturen und historischer Ereignisse. Jason und die Argonauten mussten hier vorbei, um das goldene Vlies zu gewinnen. Der persische Großkönig Daraius ließ eine aus Schiffen bestehende provisorische Brücke errichten, um sein gigantisches Heer übersetzen zu lassen. Und bis heute bleiben der Bosporus und seine Kontrolle strategisch bedeutsam, was insbesondere anhand des schwelenden osmanisch-russischen Konflikts abzulesen ist. Seit dem Krimkrieg hat die Meerenge den Status einer internationalen Wasserstraße, weswegen die Handelsschiffe alle Nationen ungehindert hindurch dürfen. Für Kriegsschiffe ist der Bosporus freilich gesperrt, was im fernen St. Petersburg und von der Schwarzmeerflotte des Zaren selbstredend ungern gesehen wird. Man muss wahrlich kein allzu erleuchteter Prophet sein, um vorherzusehen, dass nicht nur der Bosporus, sondern auch die Stadt Konstantinopel weiterhin von erheblichem Interesse für die Großmächte bleiben wird, inklusive neuerlicher militärischer Auseinandersetzungen. Es ist kein Zufall, dass der Sultan seit einigen Jahren im von uns aufgesuchten Yildiz-Palast lebt. Denn die vorherige Residenz, der berühmte Topkapi-Palast, war mit den Kanonen von Kriegsschiffen, die sich im Bosporus befanden, allzu leicht zu erreichen. Der Umzug war eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, damit der Herrscher nicht eines Tages unversehens und in seinen privaten Gemächern feindlicher Artillerie ausgesetzt wäre. Nachdem ich einige Minuten die Aussicht genossen und meine Gedanken geordnet hatte, ging ich zu Bett. Am nächsten Morgen mussten wir zu einer längeren Schiffsreise aufbrechen, deren vorhergesehener Zielhafen allerdings schon an der Küste des Heiligen Landes liegen würde.